Ich bin ein Internetjunkie Ich bin ein Internetjunkie Was ist denn jetzt los? Ich bin ein Internetjunkie. Was ist denn jetzt los? Alter, hast du auch kein Internet gerade? Boah. Da steht bei mir auch Verbindung zum Internet. Die Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. Hä? Ja, Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. Hattest du das nochmal? Nein, ich dachte tatsächlich an dem Rechner hier. Obwohl ich da halt die Dino so sehe. Magst du Dinos eigentlich auch so gerne? Oh, ne. Eigentlich ja weniger. Ich mag Bäume. Bäume sind super. Ja, ich auch. Warum geht das nicht, ey? Ohne Scheiß. Wenn ich hier eine Woche aufs Internet verzichten würde, dann, ja, es wäre nicht leicht. Ja, auch so Sachen wie WhatsApp, Facebook. Mittlerweile sind das hier schon einen großen Teil des Lebens ein. Also ich merke das vor allem beim Lernen oft so, dass es halt wesentlich schneller geht, Sachen mal eben bei Wikipedia einzugeben, als sie letztendlich im Buch nachzugucken. Ich hätte schon eine Einschränkung, weil ich ganz gerne mal auf einem schnellen Wege E-Mails schreibe. Ich würde viel mehr Zeit brauchen für alles Mögliche, wenn ich kein Internet hätte und wäre nicht so gut informiert. Ich hätte keinen Kontakt zu Freunden im Ausland, weil ich bei Facebook mitkriege, was die so machen. Ich kann es mir nicht gut vorstellen. Boah, ich habe Hunger, ey. Wie wäre es so? Pizza bestellen? Pizza ist super. Ich habe eine App, damit geht er druck zuck. Natürlich, ey. Große Salami, Doppelkäse. Auf jeden Fall. Nehme ich auch. Ach. Aber ey. Kein Internet. Was? Scheiße, ja auch nicht, ey. Das ist ja richtig öde. Ja, scheiße. Wie macht ihr das jetzt? Ey, wir könnten, ey. Wie wäre es so? Alte Zeiten mäßig einfach selber was kochen. So. Eine Möglichkeit, ne? Klingt mir nun spießig, aber guck doch mal nach so. Komm. Ach. Lustig. Ja, geil. Ich glaube, wir werden verhungern. Scheiße. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das globale Internet ist zusammengebrochen und der digitale Datenverkehr ist zum Erliegen gekommen. Die Welt ist offiziell offline. Es wird fieberhaft an einer Lösung des Problems gearbeitet. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich bin ein Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Internet, 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 Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Ähm, entschuldige Bitte. Ja? Können Sie sich, wo das Grafiko reist? Ah ja, klar. Vielleicht, dass ich mit da hin komme. Ich wollte eigentlich auch noch hin. Das ist aber jetzt halt später. Ja, wäre ganz gut, aber ich muss ja auch nicht alleine hin. Cool. Ja, dann komm, das ist direkt hier vorne. Klar, es macht das Leben in gewisser Weise immer dann auch beschwerlicher, einfach beim Konsumieren. Das Leben wäre für mich schöner, weil ich mehr Blickkontakt hätte mit Menschen. Das ist einfach die Entwicklung, die ist weitergegangen und da kann man jetzt nicht auf einmal wieder zurückgehen. Also ohne ging es in meinen Augen auch nicht mehr. Boah krass, das Internet funktioniert wieder. Ja, die Apps funktionieren wieder. Jetzt lass dir Pizza bestellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Soll ich nicht eine große nehmen? Ja, Salami mit extra Käse. Geiler Scheiß, Mann, geiler Scheiß, ey. Boah, endlich, ey. Ich dachte schon, wir brauchen einen Weg. Okay, die Bestellung ist auf. Yes. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Hallo. Salami, extra Käse. Danke. Schönen Abend noch. Geräusche. Nagel, lustig, lustig, lustig. Ich warte, ich war noch nicht. Ich bin ja auch nicht mehr und ich glaube ich zu viel. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Aber es wurde mir vor. Ich bin ja auch nicht noch mal. Was ist eine Karte? Podachtest. Ich bin ja auch nicht mehr zu machen. Whmm. Und ich bin ja auch nicht mehr zu sehen. Spinn. Man ich kann es nicht mehr,